Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe zu The Way of Business TV. Heute im Interview Herr Dr. Chaba Loshans. Hallo Chaba, wie geht's dir? Alles gut? Hallo, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich auch sehr und ich weiß ja jetzt schon so ein wenig, was du machst, aber das wissen unsere Zuschauer nicht und von daher stell dich doch gerne einmal vor, was machst du und wer bist du? Ja, mein Name ist Dr. Chaba Loshans, ich bin ärztlicher Leiter eines MVZ, bin vom Hause aus Chirurg und Orthopäde und habe in den letzten 5, 6 Jahren ein MVZ aufgebaut, wo wir verschiedene Fachrichtungen haben. Das heißt, ich mache den Bereich Sportmedizin und Orthopädie und ich habe noch zwei, drei andere Kollegen, die auch Orthopädie machen und dann haben wir noch einen Reha-Mediziner, einen Chirurgen und einen Allgemeinen Mediziner, die quasi den Menschen allumfassend behandeln. Und bevor du quasi das Ganze aufgebaut hast, kann ich mir vorstellen, dass da ein langes Studium vorausgesetzt war und wusstest du quasi nach der Schule, wenn man jetzt mal, die Oberschule ist jetzt abgeschlossen, dann hat man vielleicht noch das Abitur gemacht, wolltest du schon immer Richtung Medizin oder war das noch nicht so klar? Also jetzt bin ich mal ganz ehrlich, ich war völlig orientierungslos nach dem Abi und war wirklich, ich wusste gar nicht, was ich werden soll und habe dann letztendlich erstmal aus seiner Situation heraus, meine Schwester war im Krankenhaus, sie ist zwei Jahre jünger als ich und hatte eine Knieoperation, die ist wirklich misslungen und dann habe ich gesagt, okay, komm, jetzt habe ich so viel Krankenhauskontakt gehabt, wirst du Krankenpfleger. Dann habe ich angefangen, Krankenpfleger zu lernen, das heißt, ich habe eine dreijährige Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht und nach der Ausbildung bin ich erstmal dann weitergegangen und habe gesagt, so die ganze Krankenpflege ist jetzt nett, aber ist jetzt nicht so mein Ding, ich brauche was Technischeres und bin dann in den OP gegangen. Ich war dann OP-Pfleger, das heißt, ich habe quasi bei den Operationen die Instrumente angereicht, aber war dann schnell gemerkt, okay, da war ich so Anfang 20, hey, also das, was die Ärzte hier abliefern im OP, das könntest du wahrscheinlich genauso gut so. Und das hat mich dann so ein bisschen ambitioniert und gesagt, okay, jetzt komm, das Medizinische macht dir doch schon Spaß, geh doch studieren. Dann habe ich mit 25 angefangen zu studieren. Ich habe das dann in Gießen angefangen und war dann den größten Teil in Gießen. Das letzte Jahr habe ich dann in Bonn absolviert, beziehungsweise dann im Krankenhaus in Siegburg. Und dann nach diesem Studium bin ich dann eigentlich direkt in die Chirurgie eingestiegen, weil ich das immer noch ursprünglich im Kopf hatte, was die können, kannst du schon lange. Und habe dann angefangen, Chirurgie zu machen in Köln erst mal, danach später in Bonn. Ja, das ist natürlich krass, weil gerade wenn man auch so das ganze Spektrum an Medizin quasi immer so sieht, es gibt ja haufenweise Themen, wo man quasi reingehen kann, wo man sich spezialisieren kann. Und bei dir war quasi die Chirurgie schon immer so dann das Ziel quasi. War der Ursprung jetzt durch die OP, sag ich mal, von dem Knie deiner Schwester da? Genau, das war tatsächlich so, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte irgendwas Handwerkliches machen. Es soll nicht theoretisch sein, nur Bilder angucken und dann sagen, okay, so müsste es aussehen, so sieht es aber nicht aus. Und habe dann letztendlich schon gesagt, es muss was Handwerkliches sein. Den Bezug zur Chirurgie hatte ich dadurch, dass ich vor dem OP da war. Letztendlich hätte es sicherlich auch ein anderes Fach werden können, aber war irgendwie so innerlich schon in diese Richtung gebahnt und habe dann diesbezüglich dann auch keine Veränderungen gemacht, außer dass ich dann im Laufe der Zeit dann doch gemerkt habe, dass diese Bauchgeschichten nicht so mein Ding sind, sondern eher die Knochen. Und habe nach dem Facharzt für Chirurgie, der dauerte, glaube ich, damals sechs oder sieben Jahre, habe ich dann nochmal einen zweiten Facharzt drangelegt, drangehängt. Das war der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Und das war so das, was mich eigentlich mehr interessiert hat, also die Knochenverletzung, Knochensportmedizin und so weiter. Das war eher das, was mich da wirklich so richtig interessiert hat. Und das habe ich dann dementsprechend dann gemacht. Und dann bin ich jetzt seit einigen Jahren schon Orthopäde. Und wann hast du dann für dich gesagt, okay, jetzt möchte ich quasi eine eigene Klinik aufmachen oder ein eigenes Zentrum? Als Krankenpfleger schon. Echt, ja? Schon so früh? Genau, ich hatte schon für mich gesagt, okay, wenn du später Arzt bist, wirst du nicht ein Krankenhaus versauern, in Anführungsstrichen. Und war für mich klar, dass ich nicht nur einfach so eine ganz kleine, publige Praxis haben möchte, wo ich drei Mennekes beschäftigt habe und ich jeden Tag, Tag ein, Tag ein, das Gleiche erlebe. Sondern ich wollte Kollegen haben, ich wollte den Austausch, ich wollte den Menschen allumfassend behandeln. Und ich finde das immer so lustig, dass viele Leute immer auf ihrer Homepage schreiben, so bei uns kriegen sie eine ganzheitliche Behandlung. Und dann können wir, da ist ein Mensch mit zwei Mennekes. So, wie kann da eine ganzheitliche Behandlung sein? Bei uns, das war so meine Prämisse, wo ich gesagt habe, nee, wenn ich jetzt so eine ganzheitliche Behandlung machen möchte, dann muss ich verschiedene Kollegen haben. Die müssen von verschiedenen Blickwinkeln diesen Patienten angucken können. Und das kann ja durchaus sein, dass ich auch mal irgendwie mit einer Information nicht anfangen kann. Dann schicke ich den Patienten zum nächsten Kollegen und dann vielleicht hat der noch eine Idee. Wir haben einen regelmäßigen Austausch, wir haben so Wochengespräche oder Patientenreden. Und das ist natürlich das, was ich schon immer wollte. Ich wollte so eine Art Krankenhaus haben, sozusagen eine kleine Klinik, wo wir den Austausch haben, wo wir den Patienten relativ qualitativ hochwertig behandeln, aber andersrum nicht in diesem Rat des Krankenhauses bin, wo ich quasi abhängig bin von der Verwaltung oder von anderen Maßnahmen. Aber ich finde, genau das macht auch quasi den Unterschied. Und das finde ich auch einen sehr, sehr guten Ansatz von dir, dass du quasi gesagt hast, ich möchte mir jetzt noch verschiedene Experten quasi reinholen. Weil das hast du in ganz, ganz vielen Branchen, nicht mal nur in der Medizin, dass du quasi ganz viel so, ja, wie sagt man, so grauen Schleim hast quasi. Ja, wir machen irgendwie alles, aber irgendwie nichts richtig so. Also wir haben zwar von allem ein bisschen Ahnung, aber es macht dann schon einen Unterschied, dass wenn ich wirklich aus dem Sport komme und eine Verletzung habe, zu jemandem gehe, der sich darauf spezialisiert hat, genau meine Probleme quasi zu behandeln. Und da können wir gleich mal zum nächsten Thema kommen. Wie sieht das eigentlich aus? Was sind so die häufigsten Probleme, mit denen die Leute zu euch kommen? Ja, es ist unterschiedlich. Also ich kann jetzt von mir reden, ich kann auch von den Kollegen reden. Also ich bin eher der Mensch, der so diesen sportlicheren Parten sieht. Und ich habe tatsächlich nicht nur ein MVZ aufgebaut, sondern wir haben bestimmte Geräte, so Messgeräte, die andere Praxen hier in der Nähe gar nicht haben. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel zu mir kommst und sagst, ich habe jetzt beispielsweise Rückenschmerzen oder Schulterschmerzen, dann wollen wir denen natürlich helfen, diese Schulterschmerzen loszuwerden. Aber das kann ja eigentlich jeder. Das muss ich sagen, das ist jetzt keine, wir kochen ja auch nur mit Wasser, aber das kann ja eigentlich jeder, zumindest mehr oder weniger. Der Clou bei uns ist, muss ich sagen, ist, dass wir darüber hinaus sagen, naja, wie können wir verhindern, dass diese Schulterschmerzen jemals wiederkommen? Und da ist es richtig interessant, weil, dass ich jetzt mit einer Spritze oder was auch immer den Schmerz wegkriege, ist eigentlich banal. Aber dass ich dafür sorge, dass ich dich analysiere und checke, warum dieser Schmerz entstanden ist und wie wir den in Zukunft vermeiden, das ist eine viel, viel wichtigere Aufgabe und das erkläre ich auch meinen Patienten so. Das heißt, ich sage genau, unsere Behandlung, da widert sich in zwei Phasen. Die erste Phase ist quasi die akute Schmerzreduktion. Das kann wenige Tage, einige Wochen dauern. Die zweite Phase dauert wahrscheinlich unser Leben lang. Da kommen sie hoffentlich zu mir oder kommst du hoffentlich zu mir und sagst, das ist alles super mit der Schulter, ich muss vielleicht nochmal das Training und so umstellen. Das heißt, ich bin da etwas anders als andere Orthopäde und Sportmediziner. Ich stehe da wirklich ganz, ganz regelmäßig im Austausch mit den Physiotherapeuten in der Gegend. Ich habe von allen die WhatsApp-Nummer und wir schreiben uns mit Einverständnis der Patienten immer, meistens sogar in Anwesenheit der Patienten, wie der Verlauf ist und sagen, hey, ich habe jetzt hier einen Patienten, Herr Müller, der wird nicht besser mit der Schulter. Kannst du bitte die Übungen nochmal anders machen? Und so muss ich sagen, bin ich eher spezialisiert auf diesen präventiven und rehabilitativen Part der Sportmedizin. Also wenn jemand sagt, okay, wie kann ich es vermeiden, in Zukunft keine Probleme zu bekommen? Also insbesondere zum Beispiel Golfer, die seit Jahren Schulterschmerzen haben oder Fußschmerzen oder was auch immer. Die wollen wir natürlich lösen, aber gleichzeitig wollen wir denen natürlich auch ermöglichen, dass sie schmerzfrei weiter golfen können, weil das ist deren Leben. Die haben vielleicht schon, sind schon in Rente und die spielen jeden zweiten Tag Golf oder jeden Tag Golf, können es aber nicht mehr genau, weil die Schulter nicht mehr mitmacht. Und da sorgen wir dafür, dass es halt richtig gecheckt wird und dementsprechend dann auch die entsprechenden physiotherapeutischen Maßnahmen eingeleitet werden. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Ansatz, weil gerade was du auch gesagt hast, dass eben nicht nur so, ich sag mal, die Symptome quasi behandelt werden, sondern auch eher auf die Ursachen geht. Und das finde ich, das trifft man auch leider bei vielen Ärzten heutzutage nicht an. Also da gibt es wirklich auch den Unterschied. Es gibt tatsächlich auch in der Medizin quasi wirklich gute Fachärzte und nicht so gute Leute, weil ich kann mich daran erinnern, als ich 14, 15 war, hatte ich durch meinen Judo-Sport zum Beispiel Probleme mit den Knien quasi. Das ist ja ein sehr knielastiger Sport auch dann. Und kann mich daran erinnern, dass es sehr, sehr frustrierend war, weil wir auch mit Tabletten quasi versorgt wurden und nicht gesagt haben, wie kann man jetzt dagegen vorgehen, was ist jetzt die Ursache quasi, was kann ich jetzt machen, damit ich keine Knieschmerzen mehr habe und trotzdem diesen Sport machen kann. Und deshalb sind wir dann auch später zu einem, ich sage mal, Fachexperten gegangen, der sich auch um Judo-Sportler gekümmert hat und sowas. Und dann ging es auch schnell besser, war auch ein bisschen was anderes als nur Tabletten dann. Und ja, deshalb finde ich sehr, sehr gut, dass ihr da quasi auch wirklich ein bisschen tiefer in die Materie reingeht und euch auch die Ursachen anguckt und vor allem auch das Netzwerk. Also ich habe das tatsächlich noch nicht so erlebt, dass jemand auch mit dem ganzen Netzwerk quasi so eng, sogar per WhatsApp quasi connected ist, um da wirklich schnell eine Lösung oder schnell eine gute, richtige Behandlung zu finden. Also das ist schon top. Bei, sage ich mal, Sportlern, die etwas höher angesiedelt sind, haben wir sogar eine WhatsApp-Gruppe mit dem Physio, mit dem Coach und mit dem Sportler selber und dann schreiben wir uns WhatsApps und der soll mir eigentlich eine Rückmeldung geben. So heute hatte ich beim Training da ein Ziehen oder habe ich da und da ein Problem gehabt und dann diskutieren wir im Chat sozusagen, okay, wie der Trainingsplan sein sollte. Das ist tatsächlich so. Ich habe tatsächlich Sportler, die in anderen Mannschaften auch anderen Sport machen. Die haben alle ihre Mannschaftsärzte. Das Lustige ist, dass die dann immer noch mal zwischendurch zu mir kommen, sich noch mal kurz fragen, ist das okay so, wie wir es jetzt machen? Dann sage ich, ja, mach das so oder mach das ein bisschen anders. Das ist immer ganz lustig, wenn die Mannschaftsärzte so hintenrum noch mal übergangen werden und mich noch mal gefragt werde sozusagen. Das ist ja interessant. Aber die gleiche Geschichte hatte ich auch mit meinem Knie. Das war genauso. Ich habe zu der Zeit Handball gespielt. Ich war so auch so 13, 14 und ich hatte richtig Beschwerden mit den Kniegelenken und bin dann zum Arzt gegangen und der hat tatsächlich gesagt, ich hätte einen Bluterguss dort. Dann wäre er letztendlich jetzt hier herausgestellt und ich konnte diesen Sport nicht mehr weiter ausüben. Ich habe dann aufgehört, weil dieser Hallenboden mir da zu viel Beschwerden an den Knien gemacht hat. Letztendlich jetzt als Orthopäde weiß ich, dass er eine komplette Fehldiagnose gemacht hat. Ich hatte eine Wachstumsstörung dort, die hätte ganz anders behandelt werden können. Und wenn ich richtig behandelt worden wäre, hätte ich weitergespielt oder wie auch immer. Aber im Grunde muss man sagen, das ist genau das, was du sagst, wenn man in fünf Minuten oder zwei Minuten Medizin, kann man nicht die Ursache bekämpfen. Man geht auf Symptome und sagt, ich nehme eine Pille und mache eine Sportpause. Und da bin ich, da muss ich sagen, bin ich immer am meisten allergisch, wenn Sportler zu mir kommen und sagen, ich war ja schon mal bei dem und dem Arzt und der hat mir gesagt, ich soll jetzt sechs Wochen Pausen machen. Also du hast ja jetzt was am kleinen Zeh sozusagen. Du sollst eine Pause machen, ich soll ja gar keinen Sportler machen. Und der restliche Körper von deinem Körper, sozusagen da hast du ja noch Arme, Kopf, Beine, Bauch, Rücken, anderen Füßen. Da ginge jetzt kein Training. Ich sollte gar nichts machen. Das ist genau, da bin ich super allergisch, weil ich denke mir, naja, wenn er irgendwas am Knie oder am Sprunggelenk hat, hat er aber mindestens noch den restlichen Körper, der mit 85 Prozent sicherlich noch trainierbar ist. Und da empfehle ich halt meinen Sportlern oder mit meinen Physiotherapeuten zusammen ein Ganzkörpertraining, empfehle da wirklich auch weiter im Training zu bleiben. Das Problem ist tatsächlich, dass, wenn man dann eine Pause macht, wir wissen das von so einem Gipsarm oder Gipsbein, die Muskeln gehen so schnell zurück. Und das Blöde ist tatsächlich, wir haben zum Beispiel eine sehr spezielle Waage, da stellen wir unsere Sportler drauf und wir können messen, wie viel Muskelanteil und wie viel Fettanteil du hast. Das ist super cool, weil, wenn du Sportler bist und du hast dann zum Beispiel, gehst dann zum Arzt und dann sagt, okay, du spielst, was weiß ich jetzt, Landesliga oder was auch immer, ein bisschen höher, aber auch jetzt nicht so hoch. Und dann sagt der Arzt, nee, sorry, du musst jetzt vier Wochen aussetzen, du hast eine Verletzung. Und dann sagt er, okay, mache ich, mache ich, kein Problem, ich mache nichts. Der nimmt vielleicht nicht ein Gewicht zu, weil er merkt, okay, ich stelle mich auf die Waage, ich habe nur 150 Gramm zugenommen oder vielleicht 300 Gramm zugenommen, aber in Wirklichkeit hat er vielleicht drei Kilo zugenommen, weil die Muskulatur sich abgebaut hat und in der Zeit hat er die gleiche Kalorienmenge zu sich genommen, die er sonst beim Training auch isst. Das heißt, das hat sich Fett angesammelt und er hat weniger Muskulatur und er sagt, nee, zugenommen habe ich nicht, alles gut. Und dabei hat er deutlich weniger Muskeln. Und das ist das, was wir zum Beispiel rausfinden, weil wir sagen dann, hey, pass mal auf, du kommst bei uns direkt auf die Waage, wenn du vielleicht bist, wenn wir wissen, okay, du bist jetzt vier, und sechs Wochen verletzt, dann kommst du auf die Waage, dann guck mal einfach mal, wie ist denn dein Verlauf, du kriegst weniger Kalorien sozusagen, wenn du nicht trainieren kannst und wir lassen dich nicht sofort 100% wieder starten, weil das ist der Fehler, den meisten Hobbysportler machen, sage ich mal, weil ich muss sechs Wochen warten, okay, sechs Wochen sind heute rum, gehe ich jetzt voll wieder auf die Bahn und gehe zum nächsten Kreisligaspiel und frage mich, warum ich wieder verletzt bin. Und das ist genau das Thema, dass man sagt, okay, wenn man eine vernünftige Untersuchung der Ursache macht, wenn man eine vernünftige, wir nennen das Return-to-Sport-Phase macht, dann geht es halt manchmal doch nicht so schnell und der Sportler kann sich auch auf Amateur-Niveau so perfekt vorbereiten, dass er eigentlich, wenn die Verletzungsphase ausgestanden ist, relativ verletzungsfrei wieder spielen kann, weil das größte Risiko, eine Verletzung zu bekommen, ist eine stattgeabte Verletzung. Das heißt, im Grunde versuchen wir natürlich, die Sportler dann in eine Richtung zu geben, wie so ein bisschen Profisport, also wie in der Bundesliga sozusagen. Und das ist so das, ich sage immer, ich bin der Müller Wohlfahrt für Arme. Ja, aber das finde ich auch tatsächlich lustig. Mir wurde damals nämlich auch gesagt, ich soll einfach eine Sportpause machen und was wurde gesagt, ich glaube, wenn ich das im Leistungsniveau weitermache, dann werde ich mit 20 wahrscheinlich im Rollstuhl sitzen und am Ende des Tages war es auch tatsächlich wegen dem Wachstum, weil ich genau in dem Alter quasi extrem gewachsen bin dann und der Profi hat dann quasi nur gesagt, dass ich das Training ein bisschen umstellen muss. Er hat auch gesagt, auf keinen Fall einfach raus aus dem Sport, weil es ist halt nicht gut. Man war halt auch im Wettkampfteam und alles und dann war halt einfach ein anderes Training rund um die Kniemuskulatur, alles was da drum ist, quasi mit Bändern noch ein bisschen unterstützt und einfach anders trainiert an der Stelle, um dann quasi mehr Stabilität da wieder reinzukriegen und Co. Und das hat dann auch geholfen tatsächlich. Aber ja, sehr, sehr interessant quasi, wie sich das dann so abgleicht und sehr, sehr erstaunlich, wie gut und wie sehr ihr da hinterher seid quasi auf eurem Profisportler mit WhatsApp-Gruppe und Co. Das ist ja schon ein sehr, sehr großer, guter Service. Ja. Wenn du jetzt... Eine Geschichte kann ich dir noch erzählen? Ja, sehr gerne. Ich habe jetzt gerade eine Reiterin gehabt, die hat Knieschmerzen. Die ist eine professionelle Reiterin, die will bei Olympia mitmachen und hat Knieschmerzen, kann überhaupt nicht mehr richtig reiten, tut ihr weh. Und wir haben alles durchgecheckt, MRT und so weiter, ist nichts im Knie. Wir haben herausgefunden, die hat eine Schwäche der rückseitigen Oberschenkelmuskulatur, wahrscheinlich durch einseitiges Training. Da haben wir jetzt ein sehr spezielles Training verortet, mit einem Coach aus Bonn, also einem Physiotherapeuten, der geht super. Der hat keine Beschwerden mehr. Das heißt, es war überhaupt nichts am Knie, sondern es war ein Missverhältnis zwischen der Muskulatur vorne und hinten, weil sie sehr, sehr einseitig trainiert hat. Und das haben wir innerhalb jetzt von zwei Monaten wegbekommen und der geht's prima. Also, die ist jetzt voll im Training, im Reittraining und ich sehe mal schön bei Facebook die Pferde, wo es easy macht. Insofern ist die voll auf dem Pferd wieder drauf. klappt sehr, sehr gut. Aber es ist genau die gleiche Geschichte. Ja, haben wir, also genau, das wäre jetzt quasi auch so die nächste Frage, also bei den ganzen Patienten, die ihr quasi habt, so gibt es da so ein paar Highlights, die du quasi hast, wo du sagst, boah, da haben wir wirklich von A nach B quasi ein richtig krasses Ergebnis erzeugen können oder quasi eine Verbesserung wieder? Ja, genau, aber also was wir zum Beispiel haben, was ich auch, also das ist jetzt nicht rein sportmedizinisch, sondern mehr in diesem traumatischen Bereich. Wir haben zum Beispiel eine Sportlerin gehabt, die hat, die war Ende 20, ich glaube Volleyballerin oder sowas und die hat in Österreich gespielt, irgendwas im Urlaub und wir haben ein sehr, sehr spezielles 3D-Röntgengerät. Das heißt, das ist, also in unserer Gegend haben es nicht mal die Krankenhäuser. Das heißt, wir haben so ein sehr, sehr spezielles 3D-Röntgengerät, wo du mit wenig Strahlung den Knochen in 3D darstellen kannst. Und die Sportlerin hatte Volleyball gespielt und ist dann irgendwie doof aufgekommen und hat sich den, den das Sprunggelenk verstaubt. Und dann ist sie ins Krankenhaus und hat ein Röntgenbild gemacht, hier als sie wieder in Deutschland war und das Krankenhaus hat gesagt, nee, ist nichts gebrochen. Die war 28, lief die ganze Zeit rum, wollte weiterspielen, ging auch nicht und dann kam nach drei Wochen zu mir. Und die Frage war, was mache ich mit der? Das wird ja nicht besser. Und dann haben wir sie ins 3D-Röntgen gesteckt und die hatte einen Buch, der ist wie der hinteren Schienbeinkante, weil die so bescheuert aufgekommen ist. Und die ist drei Wochen mit diesem mit diesem gebrochenen Sprunggelenk rumgelatscht. Und keiner hat ihr so richtig geholfen. Und ich denke mir, hätte man dieses 3D-Röntgen von Anfang an gemacht, dann hätte sie nicht drei Wochen lang mit einem kaputten, gebrochenen Sprunggelenk als Sportlerin rumlaufen müssen. Das sind so Sachen, wo ich denke, man geht dann ins, also das ist ja das Übliche so, wo man am Wochenende knicke ich um oder was auch immer, gehe ins Krankenhaus, da ist ein Assistenzarzt, super nett, total netter Kerl, vielleicht überfordert, weil die Notaufnahme voll ist und sagt, guckt sich das Röntgenbild an, ist nicht gebrochen. Sechs Wochen Pause, gehen Sie zum Orthopäden, wenn es nicht besser wird. Das ist so die Übliche. Und da kommen die Leute nach drei Wochen zu mir und sagen, es wird nicht besser, ich war im Krankenhaus vor drei Wochen umgeknickt, es wird nicht besser, was kann das sein? Und da gucken wir nochmal nach und dann sehen wir einfach, dass andere Dinge noch vorliegen, die überhaupt noch nicht festgestellt wurden. Und das sind dann so diese alltäglichen Dinge, die uns so treffen. Also es ist nicht jetzt so ein Speziellcase, sondern es ist wirklich, tagtäglich erleben wir das, Krankenhaus umgeknickt, kommen keine richtige Versorgung. Schiene haben sie meistens gekriegt, aber so eine ganz günstige. Das ist so das Alltägliche. Ja, das finde ich tatsächlich auch immer ein bisschen, das ist ja quasi gerade für Leute, die auch so im Hofsport unterwegs sind, ist das ja auch quasi eigentlich gefährlich, oder? So eine Fehldiagnose, weil ich meine, jetzt kennt man ja viele, die dann sagen, ach gut, der hat gesagt, das wird schon wieder oder irgendwie macht man sich dann doch Hoffnung, dass es von alleine besser wird und dann wartet man und wartet, wartet, wartet und im Endeffekt kann man sich ja damit auch eigentlich vieles verbauen, wenn es eigentlich falsch behandelt wird oder eben nicht behandelt wird über eine längere Zeit. Das ist ja auch gar nicht mal so ungefährlich, oder? So ist es. Also meiner Meinung nach, muss ich sagen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, es vergeht immer viel zu viel Zeit, bis der Sportler, egal welches Niveau, hat beim Arzt die richtige Diagnose bekommt. Das heißt, ich finde, der Zeitpunkt zwischen Verletzung oder Erkrankung bis zur Diagnosestellung ist in Deutschland auch im Hobbybereich, also gerade im Hobbybereich, viel zu lang. und erst dann kann man eine wichtige Therapie einleiten, wenn ich weiß, was du hast. Und dann ist es so, dass wir noch dazu das System in Deutschland haben, wo nicht alle Leistungen übernommen werden. Das heißt, es ist so, ich habe einen Sportler, der ist irgendwie, keine Ahnung, der ist vielleicht Student oder Auszubildender, was auch immer. das dauert vier, sechs Wochen, bis ich herausgefunden habe, was es dauert, weil es einfach zu lang dauert. Und dann kommt er zu mir und sagt, okay, für dich wäre jetzt die und die Therapie die beste. Die kostet aber leider vier, 500 Euro, weil das kein Bestandteil der Krankenkassen ist. Und dann sagt er, ich kann sie leider nicht machen, weil ich die Kohle dafür nicht habe. Und dann stehe ich so als Arzt dazwischen und sage, ey, es hat eh schon so lange gedauert, bis du gesund bist, hier herausgefunden, was du hast. Jetzt dauert es noch länger, wenn du die Therapie nicht machen kannst, die ich dir vorschlage. Und dann sagen die einem, dann gehen sie und sagen, ja, wie du, ja, dann musste ich Judo aufhören als Beispiel oder ich musste den Sport aufhören, weil ich nicht mehr konnte, weil mein Knie kaputt war als Beispiel. Aber im Grunde ist das Knie nicht kaputt. Das war eine Verkettung von blöden Umständen. Zu lange gebraucht, bis ich die Diagnose hatte und dann die richtige Therapie nicht angenommen, weil man sich das vielleicht nicht unbedingt als junger Mensch leisten kann. Und das ist, da muss ich auch unser Gesundheitssystem so ein bisschen kritisieren. Wenn du eine Verletzung am Knie hast, die operiert werden muss, dann bist du der erste im Krankenhaus, dann kriegst du auch sofort einen OP-Termin. Das dauert nicht lange. Aber wenn es irgendwas Konservatives ist, was wir ohne Operation hinbekommen könnten, mit diesen Methoden, die wir haben, das bezahlen die Krankenkassen nicht. Und dann denke ich mir, da läuft tatsächlich irgendwas auch ein bisschen falsch, weil wir unsere, also der Schwerpunkt in der Medizin, in Deutschland, liegt ganz klar auf diesen interventionellen, also Operationen und so weiter, statt auf diesen Rehabilitationen. Wie kriege ich den Sportler ohne Operationen fährt. Und das würde ich, nervt mich so ein bisschen im sportlichen Alltag. Ja, das finde ich tatsächlich auch im Berufsalltag, gerade die viele Büros, Jobs, also zum Beispiel, ich sitze ja auch viel auf so einem normalen Stuhl quasi und jetzt muss man davon ausgehen, die meisten Büros haben ja auch nicht mal vernünftige Stühle irgendwie quasi bei sich drin. Ist ja auch immer eine Kostensache, so ein Hermann-Miller-Stuhl, der dann da quasi mal richtig gut für den Rücken ist. Die sind ja auch sehr intensiv, aber da gibt es, finde ich, auch noch viel zu wenig große Unternehmen, wo viele Leute im Büro sitzen, die zum Beispiel auch so, sagen wir mal, präventiv Massagen anbieten dort vor Ort. Es gibt ja so viele mobile Masseure schon mittlerweile und so, die da wenigstens ein bisschen was für den Rücken tun und ja, also da kann Deutschland sowieso noch ein bisschen nachziehen in einigen Punkten und auch viele Firmen. Wenn wir jetzt aber mal euer Unternehmen angucken, wo soll es da noch hingehen? Hast du da spezielle Ziele, so fünf, zehn Jahresziele, wo du noch hin möchtest? Ja, ich möchte natürlich bestimmte Felder noch ausbauen. Man muss dazu sagen, dass meine Planung jetzt ein bisschen anders war in den letzten zwei Jahren, so ein bisschen ins Stocken geraten, weil ich weiß nicht, ob du das weißt, also die Praxis war in Bad Neunah, wir hatten in Bad Neunah vier Standorte, also zwei in einem Haus und ein Standort weiter weg, ein paar hundert Meter weg und ein Standort in einem Nachbarort und in Bad Neunah gab es vor, also am 15. Juli 2021 diese große Flut und das ist quasi ja diese, diese Jahrtausendflut sozusagen gewesen und meine Praxen sind weggeschwommen sozusagen, es war wirklich nichts mehr da, das war über eine Million Euro Schaden sozusagen, ist alles weg, also du hast unsere Liegen irgendwie 200 Meter weiter irgendwo gefunden, das waren ja auch die Autos in den Bäumen, das war wirklich sehr, sehr krass und wir sind momentan noch nicht in diesem Gebäude, wo wir vorher waren, das Gebäude, wo wir vorher waren, war so eine Art Schloss und du hast es gesehen und dachtest, okay, gleich kommt Sissi mit ihrer Kutsche hier angetrabt und das ist super, super romantisch und so, sah auch innen drin auch total cool aus, total modern und da wollten wir so ein bisschen OP-Zentrum ausbauen und so weiter und das ist erst mal zwei Jahre nach hinten gerutscht, weil dieses ganze Gebäude jetzt einmal ja quasi, also de facto abgerissen werden muss, es wird jeder Stein einzeln abgenommen und wieder draufgepackt sozusagen, es wird in so Etappen gemacht und das dauert noch circa zwei Jahre, bis wir da ankommen, insofern räumlich gesehen durch die nächsten zwei Jahre erst mal dahin, wo ich vorher war, weil es ein sehr, sehr schönes Ambiente war und inhaltlich gesehen würde ich gerne bestimmte Bereiche ausbauen, ich hätte gerne nochmal einen sehr, sehr speziellen Bereich für Golfmedizin, da ich bin Golfmedical Coach, diesen sportmedizinischen Bereich würde ich gerne so ein bisschen ausbauen, noch die Arthrosetherapie wollen wir noch ein bisschen ausbauen in den nächsten Jahren, da sind wir auch schon deutschlandweit führend, wir haben jetzt auch noch eine kleine Privatklinik, die wir zumindest eröffnen wollen im nächsten Jahr, wenn das Gebäude so einigermaßen steht, das sind so die nächsten fünf Jahre, die wir uns so geplant haben, also Golf, Sportmedizin, Arthrosetherapieausbau und eine kleine Privatklinik, das sind so viele. Also ordentlich Ziele gesteckt noch? Absolut, das ist langweilig sonst. Und wenn wir jetzt Zuschauer haben, die quasi sagen, okay, das klingt ganz sinnvoll für mich, dann möchte ich mich gerne mal melden, wie können Leute oder zukünftige Patienten Kontakt zu dir, zu euch aufnehmen? Also am einfachsten ist glaube ich über die Homepage www.medicum mit C geschrieben minus R-A-E, also rudolfantonemail.de heißt nicht Rechtsanwälte, was mich viele fragen, sondern Rainer Eifel, da ist das Gebiet, also medicum minus R-A-E.de und dort kann man sich erst mal über die Leistungen informieren und dann kann man auch dort online, wir haben einen Button, da kann man online, wenn man schon auf der Homepage ist, einen Termin bei mir buchen, kann man sogar, wenn man jetzt weiter weg wohnt, erst mal nur eine Anfrage hat, kann man sogar eine Telefonsprechstunde machen beziehungsweise eine Videosprechstunde, das heißt, das findet genauso statt, wie es jetzt stattfindet und ich gucke mir dann die Bilder vorher an und spreche das mit dem Patienten. Das Einzige ist, die Untersuchung fällt dann weg und da kann man schon vorab planen, okay, ist das was, wo sich zum Beispiel eine Fahrt aus München oder aus Hamburg lohnt oder ist es eher nicht sinnvoll und dann, das kann man so machen, also man kann sich aber auch in der Praxis aufsuchen und wir gucken uns das an und dann besprechen wir den Fall. Top, also voll modern auch ausgestattet, das heißt also für alle, die zuschauen, ich packe den Link zur Webseite natürlich in die Videobeschreibung, da findet ihr natürlich alle weiteren Infos und könnt euch auch einen Online-Termin buchen und an der Stelle würde ich sagen, Shava, vielen Dank für deine Zeit, für das tolle Interview, für die Einblicke und natürlich auch für die Storys, die du mit uns teilen konntest. Sehr gerne. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg und bei der Umsetzung eures Plans in den nächsten fünf Jahren und bin gespannt, was da so kommt. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.